Oha, bei Brunnen! Das kann witzig werden. Aber das kann man hier festsetzen, das ist schockt. Also, ich muss sagen, es ist... Das ist wieder eine Unsicht. Oha, das ist wieder eine Unsicht. Oha! Das hier hatten wir... Hatte ich heute schon wollen. Irgendwas, was hier wegschieben kann. Das ist so ein Buff. Alter, das ist schwer. Das geht ja bis dahin. Letzisz... Aller, hier. Okay. Okay, das war so... Okay, das kann man hier. Oh, das ist richtig. Ich hab noch mal auf das Boot. Das ist ja gut. Okay, das ist ja gut. Und wir haben hier schon... meten wir, klar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja schon wieder, ich weiß. Ach du Scheiße, das geht ja bis hinten hin. Ach du Scheiße, das geht ja bis hin. Das geht ja bis hin. 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 bei manchen kannst du so in den Boden halten, dann geht das schneller aus, aber bei denen ist es irgendwie unterschiedlich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war doch auch schon los. Meine Leitung wird es ja wieder kaputt gemacht. Hä? Ja. Messviecher! Die kann kein Auto durchfahren. Warum wird hier eine Leitung mitgemacht? Was steht hier? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, das Feuer ist echt ein Kampf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... ... ... ... ... ... Schauen wir uns. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Das ist ja ein Sturm, das ist ja hier, oder? Ich versuch das jetzt mit ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gestern würde bitte haben noch nicht mal die zereck geschmeckt der verpreise korona nein bis jetzt waren die test negativ aber nur eine starke abhälte also nehmen sind auch mit dicht halte sie an seinem kratzen von drei hier sind das ist ja auch in der woche ne in der woche ist hier nicht gar nicht so viel das sind mal unterschiedlich das ist ja noch sie tatsächlich weiß ich nicht wer du bist es war fast geil es hat am wochenende angefangen heute auf arbeit die leute anstrengen muss ich sagen aber ich hab schon mitbekommen, das ist allgemein wenig lohrig bei uns hat jemand vorwohlen wer das denn jetzt schon wieder wird jetzt schon wieder er hat es auch von Und noch eine Flasche aufhören. So, vielleicht noch mal einen Test machen, oder? Der Protzer ist verschrotten. Wieder auf dem Tomazin anschmacht viel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das alte Schichtsystem wird wieder eingeführt, das bedeutet wir arbeiten mit einem Sprechschicht bis 23 Uhr und dafür ist irgendwie ganz komisch ist das geregelt. Das weiß ich schon immer. Das ist mit den Samstags ja auch nur wegen Walmet gewesen. Theoretisch. Alter Schwede, das Feuer ist echt harmlos. Ja. Äh ne, das ist so unterschiedlich. Mal gehts schnell. Das ist ein scheiß Waldbrand, jetzt mit dem neuen Setup. Geben wir ein Update, das ist so unterschiedlich. Mal gehts schnell. Mal dauerts ewig. Das hängt bis gerade dem Beuchern noch alleine, das sind wir uns bei Deutschland zu bekommen. Ja. 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 Das wird auf jeden Fall weniger vollständig, der ganze Waldbrand wie vorne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.